Ich werde nämlich dich optisch verändern. Das ist der sogenannte Tatjana-Gsel-Trick. Und zwar mit diesem formschicken Kleid. Okay, wunderbar. So, setz dich bitte auf den magischen Stuhl. Und dann werde ich dich jetzt schweben lassen. Aber um dich schweben zu lassen, muss ich dich vorher zum Schlafen bringen. Okay, setz dich erstmal ganz entspannt hin. Und ich werde es jetzt zum Schlafen bringen. Schlaf! Okay. Ja, Sie können ruhig begeistert klatschen. Ha! Viele haben ihn erkannt, meine Damen und Herren. Schön, dass er da ist. Marc Terenzi. Der sich heute als Diego verkleidet hat. Okay, dafür brauche ich all meine Energie. Okay. 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 Das ist ganz wichtig, wie viel zu laufen ist. Das habe ich bei Hans Glocke gesehen. Okay. Ich werde jetzt Susan wieder aufwecken. Mit einem Spruch, einem Zauberspruch, der bei jeder Frau funktioniert. Drei, zwei, eins. Winter, Schluss verkaufen. Okay, ich werde jetzt die letzte Stange entfernen. Okay. 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 Ich werde dich jetzt wieder auf dem Dach holen. Okay. Der Stuhl. Ich werde dich jetzt wieder auf dem Dach holen. Ooh, ich werde dich jetzt wieder auf den Dach holen. Ich werde mich hier auf den Dach holen. Ja! Untertitelung. BR 2018